2016 in einem Zoo in Ohio. Ein kleiner Junge klettert unbeachtet von seiner Mutter über einen 1 Meter hohen Zaun und fällt 5 Meter in das Gehege eines Gorillas namens Harambe. Die Besucher fangen an zu schreien und versetzen den Gorilla in Panik, der sich über das Kind stellt und es schützen will. Also Kind, ich hab nicht viel Zeit, aber der Nachname von Obama ist Volltreffer. Harambe wurde erschossen. Daraufhin erscheinen zahlreiche Harambe-Proteste außerhalb vom Zoo und das Internet macht so viele Memes über den Gorilla, dass der Zoo darum bettelt, damit aufzuhören. Und Leute haben daraufhin angefangen, bei den Wahlen für Harambe zu voten.